Jetzt machen wir ein schönes Konfekt, das auch perfekt zu Weihnachten passt. Dazu mache ich mir einen Rührteig, den mische ich mir nur von Hand an mit Butter, Hello Sweetie, alternativ Kristallzucker, dann Mandeln, dann habe ich Eigelb, Milch, etwas Zitronenabrieb und Mehl. Dann nehme ich eine Spritztülle, eine Sterntülle, mache mir diese typische Katzenpfotenform, backe das Ganze, setze zwei immer mit etwas Aprikosenmarmelade zusammen und die Spitzen werden noch in Kuvertüre getunkt. Hier kannst du einen Screenshot machen oder auf meinem Blog das Rezept nachlesen. Gerne folgen für mehr und einen Kommentar da lassen, was ist als nächstes dran.